Also, nehmen wir die C-Linie, ne? Reaktor online Sensors online Weapons online All systems nominal Dann erstmal sammeln Genau Also, C5 sammeln Und dann nehmen wir die C-Linie Beiden es heute sammeln Die Leitz können ein bisschen Ja, Moment Welchen Gang? C C Nicht B C C Cäsar Cäsar-Linie Und die Leitz gescoutet Die haben natürlich aber keine Gauss ein Der Dyer hat Gauss Genau By the way Also, falls die Leitz Wenn der Kampf losgeht Irgendwie den Dyer in den Rücken fallen könnte Dann nehmt ihn bloß raus Der ist echt gefährlich Ja Der bleibt meistens hinten stehen Und das ist dann eigentlich eure Chance Wir können hier schon, wenn wir auf diesem fetten Feld lang gehen Uns so bewegen Äh, sie gehen hinten, äh Delta-Linie Ganz oben Ja Wie? Jawohl, wie erwartet Wie erwartet, genau Ganz außen Ganz außen Ja, Delta-Eco Also, Echo-Linie Ah, Echo-Linie Da sind sie auch letztens Da sind sie auch letztens Da sind sie auch letztens, letztens gegangen, ja Ja, bestimmt In der Dreier liegen, hier stehen sie schon Wo wollen wir hin? Nach oben? Ähm Nee, ne-ne, ne-ne Nee, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist doof Die haben direktes Schussfeld auf die, auf die Plattform mit den Fanserern stehen Dann gehen wir rüber und hinten rum Wo ist sie dich hinten rum? Äh, ja, ich glaub ganz hinten rum ist zu weit, ne? Wollen wir ganz hinten rum, durch den Tunnel durch? Ja, ja. Okay, durch den Tunnel durch, sorry. NetEye hat... Die UAV hört lausig. Das ist der Scout. Okay, wir gehen durch den Tunnel. Bleiben die stehen? Nein, die bewegen sich ein klein bisschen, deswegen bewege ich mich nicht, weil... Ich kenne das. Einer steht immer noch da oben, der Arctic Cheater steht immer noch da oben, etwas links von mir. Okay. Aber ansonsten sehe ich keine Bleeps, nur den einen. Jetzt sehe ich einen zweiten, er ist in Richtung Delta 4 links an dem Ding vorbei. Ein zweiter blieb, der da langläuft. Ein dritter. Ein vierter. Delta 4, also hinter der Deckung, ja. Sie kommen jetzt durch, ich glaube sie wollen Richtung Mitte. Ja, ich sehe eine Banshee. In der Verlängung von Delta 3. Sie kommen den Gang entlang. Sie kommen den Gang entlang, genau. Ich muss mich jetzt bewegen, es geht nicht. Ja. Soll ich auf die Benji schießen? Na, zu spät. Wir haben uns gesehen, da ist ne UAV oben. Ja. Ich glaube die ist zu weit weg. Ja, die sind jetzt... 800 Meter, lass die UAV. Die ist zu weit weg. Lassen wir mal wieder drauf gehen. Ja. Ja. Sie waren Richtung, äh... Delta 3, da... Behalt, behalt Kontakt. Bitte. Äh, hier... Echo 3, Echo 3. Sie sind Echo 3. Echo 3? Echo 3, sie sind unten. Sie sind wieder zurück gegangen. Äh, haben wir noch ein paar Leute, die über E2 gehen können? Äh... Oder wir bauen uns da auf. Wenn die hin... Also... Target acquired. Es sind Echo 3, da unten, aber sie wollen hoch. Nein, UAV. Ich kann's nicht runter schießen. Ah, ja. Ah, die schi... Sie schießen schon. Ach, der... Ding ist das. Der Timberwolf steht auf der... Auf dem, ähm... Auf dem Dach. Wir müssen was machen. Ihr müsst... Ihr müsst da hochgehen bei Delta 3. Sie kommen hier rum. Ja. Okay. Ja, genau. Die Gäste sind sehr schön hier. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier links rum gehen, dann haben wir einen, äh... Ja. Einen Timberwolf im Rücken. Haltet euch halt an der Wand. Da haben wir nicht alle Platz. Das ist früher so. New Target acquired. Jawohl, die springen runter. Jawohl, die springen runter. Die können wir auch... Wir quale... Wir können einfach... Wir können auch mitdrehen. Ja. 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 Aber nicht. Wir können... Das ist eine Kackposition. Ja. Da Timberwolf ist. Ja. Lawmen. Ja. Jetzt er will. Einmal kurz zurückziehen. Zurückziehen. Hinter... 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 hinter die Mauer. Ja. Ja Okay, also wir schauen relativ gut aus Atlas kommt rum Ja, aber der Atlas ist voll gepanzert Der Atlas ist egal Ach Gott, warum ist das Ding so heiß Atlas down Banshee down Setz Arty, setz Arty Wir hätten viel mehr Arty's auf das O-M-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D New target acquired Dire down Alpha Timber Ich hab was hinter mir Versuch den Kingcrab zu erwischen, die ist so gut wie down Achtung wir haben einen Cheater hinter uns Wer zu vorne meinst du kam? Ah der Feistarter Ist der Cheater aufpassen? Der Timber ist isoliert Ja, wo ist der Cheater? Ach der ist da Ah Der Cheater ist komplett durch im Center Ja Ja We are down Watt, wie siehst du denn los? Ist gut Äh, Schwarz du hast noch Panzer und du kannst glaub ich um die Ecke Ja, ich muss was aufpassen, wir dürfen keinen Rücken schießen, weil mein Rücken offen ist und den Cheater, ich muss Geh den Thunderbolt an Ja, ich mach den Thunderbolt fertig und ihr schaut, dass den Cheater einschaut hat Wir machen Okay, ich mach den Cheater Jawoll So Schön Leute Wo ist der Cheater? Der Cheater ist hinter dem Container Ach der ist er, mhm Also ein Schloss von mir im Center, ich bin down Ja Da kommt er Ja Jawoll Sehr schön Geile Scheiße 4-1 Hooray Hammer Das Hinspielergebnis ausgeglichen Ne Ich gehe Ja atom teeth lklklklklklk Vielen Dank.